Jo Leute was geht ab und willkommen zum zweiten Teil von der Codenames Reihe zusammen mit Taner, Leon und Stan. Ich hoffe es gefällt euch, wenn ja, lasst auch hier in diesem Video gerne einen Daumen nach oben da, kommentiert in den Kommentaren mit konstruktiver Kritik und abonniert den Kanal, um nichts mehr zu verfassen und mich weiterhin zu supporten. Viel Spaß mit dem Video. So Stan, gehen immer die Wörter durch. Warum lassen wir da Stan eigentlich die ganze Zeit? Platz, Arm, Steuer, Nordpol, Presse, Geschoss, Schalter, Amazonas, Schnabeltier. Flug? Karte, Dynamit, Diamant, Säge, Assistent, Orgel, Teleskop, Mikroskop, Park, Schlepper, Luft, Schule, Donau, Sonne, Wald. Ja lass dich auf jeden Fall jetzt mal bitte kurz einmal durchgehen. Ja so, ich weiß nicht was ein Flug ist. Ja warte, also Schatz ist klar, Arm ist klar, Steuer ist klar, Nordpol ist klar, Presse ist auch klar. Geschoss ist... Also Presse kann ja so sein und die Nachrichtenpresse. Ja genau. Ich hätte an Nachrichten gedacht. Ja ich habe auch an Nachrichten gedacht. Ja die Presse, also Nachrichten hätte ich auch gedacht. So Geschoss, einmal so Erdgeschoss zum Beispiel. Oder ähm... Ein Geschoss, eine Patrone. Genau. Waffen oder ja, so no. Schalter, klar. Tick tick. Amazonas kennt ihr auch alle. Der Regen kalt. Ja. Schnabeltier, Parry, okay. Flug. Ich glaube, das ist so ein Teil aus der Landwirtschaft. Ja. So ne. Damit gräbst du die Sachen rum. Okay. Ja, keine Ahnung. Das ist auf jeden Fall Landwirtschaft. Karte, Dynamit, Diamant, Säge, Assistent. Was ist ein Orgel? Was ist das? Das ist in der Kirche. Dieses Klavier. Ah, okay. Alles klar. Ja, okay. Teleskop, Mikroskop, Tag, Schlepper. Was ist so ein Schlepper? Ein Abschlepper, ne? Abschlepper halt, ne? Ja, okay. LKW oder so. Luftschule, die Donau, Sonne und Ball. Gut. Leon fängt an? Ja. Oh nein. Irgendwie bin ich mal zugekommen. Äh. Lass mich mal ganz kurz hacken. Boah, ich muss auch schon mal gucken. Ah. Ich sag Bude. Gut. Bude. Na Gott, die Sonne ist das schwarze Wort. Weißt du so? Ich sag Amazonas. Ich find das Wort. Achso, da. Da ist das Wort. Leon, warte, wir besser einloggen. Ach, Digga. Wir haben Kameras an. Sorry, Digga. Ich schwör. Ich schwör. Tut mir leid. Ich hab vergessen, dass wir die Kameras anhaben. Digga. Ich schwör. Ich schwör. Ich hab überlegt, ob ich sagen darf, Junge, du hast genau die beiden genommen, die ich dachte, Digga. Aber das wär vielleicht ein bisschen zu weit gegriffen. Ich hab vergessen, dass wir eine Kamera anhaben, Digga. Also kurz für YouTube, auf jeden Fall haben wir auf Discord alle Kameras an und Leon hat schon die Arme hochgehoben, als er sie nur prepickt hat. Aber ich hätte auch nichts anderes genommen. Digga, ich schwör. Ja, weiß ich nicht. Was ist denn sonst, Digga? Weiß ich nicht. Boah. Das ist aber echt. Das ist aber echt. Warte, ich mach die Arme hoch und dann sagst du ja oder nein. Okay. Fang mal beim ersten an. Fang mal beim ersten an. Schatz. Schatz. Oh Mann, ey. Ähm. Na, sonst hieß das Juri Seite. So einmal durchgehen. Schatz. Ich hab immer die Reaktion erwarten. Ich sag dir aber ehrlich. Also, Leon sieht's dir ja. Digga, das ist schon wieder ein großer Crap hier, Alter. Das kannst du niemandem erzählen, Mann. Das ist auch echt. Digga, vor allem das, das eine Wort. Nee. Nee. Du hast mich auch noch als Partner. Ja. Das ist hier das größte Handycam, wa? Ja. Du hast den auch noch stehen, Digga. Nee, Digga. Das ist wirklich, wirklich Katastrophe. Klickt ab und zu mal rein auf die Seite, bevor ich rausfliege. Herr kommt. Mhm. Brickt ja jemanden aus der Frau. Ben, kümmer'veiit. Oh, okay, okay. Warte, ich hab's vielleicht. Ich sag den Hauptmeister. Digga, ich schwör, ich hab so krass vergessen, dass wir diese Kameras anhaben, ne? Ich war so Aber was auch sonst Ja, keine Ahnung Wer weiß Ich darf ja nicht sagen Was auch sonst Dann gebe ich dir ja quasi einen Tipp Was ist auf jeden Fall nicht Nee, man Luft vielleicht Ich hätte auf jeden Fall eher Ball an Schule genommen An der Pause Die Frischluftpause Nee, da geht in die Menschheit immer nicht viel Schicken Na, Gold wert Gold wert Steuere Deine Maid Auf jeden Fall, Schatz Na gut, wenn du es hörst Hä, was hast du gesagt Am Orgel geflüstert Die Sonne ist auch Gold wert Ist ein What the fuck Die Sonne ist Gold Diamant Warte, 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 jungs Jungs Digga, what? Das ist crazy, digga Ich dachte, du machst doch Spaß Hat gut funktioniert Hat gut funktioniert Ich glaube, die Sonne wollte er gar nicht Oh nee, das kann jetzt auch nach hinten losgehen, aber ich glaube, Tana weiß Das ist auf jeden Fall Säge und Assistent Okay, das würde ich verstehen Das würde ich mäßig verstehen Sind sogar Ist halt gar nix Ja Auf jeden Fall Donau Schreib mal Leerung Von Karte Auf jeden Fall Von Karte Oder Schnabeltier Schnabeltier ist auch Junge, da gibt es halt viele Nordpol ist auch ein Fluss Ich habe auf jeden Fall nicht gesehen, wie viele es gibt dafür, Digga Ist auf jeden Fall viel Stück Also, wenn es Donau nicht gewesen wäre Ich hätte auf jeden Fall dennoch Amazonas, wenn du so siehst Aber Karte hätte ich auch auf jeden Fall Oder Teleskop, kannst du vom Teleskop aus sehen, den Fluss Ja, das sehen, ich würde gar nichts tun Hast du doch Lava, das macht gar keinen Sinn Amazonas macht keinen Sinn Ist das so, Leo? Ja, ich bin der Meinung Also, wir fangen eine Diskussion über den längsten Fluss der Welt Und da ist das und der Nil Auf jeden Fall ist er von Ey, wieso hast du das schon wieder gesagt, Leon? Ja, das war voll Dings, Digga Ey, was habe ich gesagt? Das und der Nil Amazonas Danke, Leon Alles gut Ja, Digga, ihr habt auch komplett geschummelt gerade, Digga Das war viel, bei mir Das war viel mehr Schummeln als bei Leon Bei mir Bei mir Bei mir als Leon Als Ding Das dritte gepinkt Dann habe ich auch Spaß Ich habe gesagt, Badejugs, guck mal Dann habe ich das so gemacht So, wenn er das so wirklich Ja, aber das war ja kein Spaß Neutral zu machen Wir haben die ganze Zeit Hör mal kurz zu Der Nil ist in der Gesamtlänge 6.650 Kilometer Der längste Fluss der Welt Äh, bla 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 Auf Rang 2 befindet sich der Amazonas mit nahezu 6.400 Kilometer Guck mal Und ich habe am Anfang noch gesagt, dass der Amazonas ein Regenwald ist Ich dachte das Und deswegen hat mich das gerade so verrückt Ja, das gibt es auch Ne, also das Ding ist, der Amazonas ist ein Regenwald Wo halt quasi Der Amazonas ist halt ein riesiger Regenwald, wo halt Wasser durchläuft Deswegen ist das halt quasi ein Plus Ja, okay Aber, Digga, das Ding ist Als ich gesagt habe, ähm, ähm, entweder der Nil oder das Hätte ja auch die Donau sein können Also, hä? Aber hat er doch schon gesagt Ja, aber hä? Na und? Ich habe doch mit Wiesheim geredet, nicht mit Tana, Digga Nein, ne? Mhm Wiesner macht einfach gleich wieder den Und dann ist gut Ja Mein Dings Weiß ich Ich weiß doch nicht, warum wir Camps anhaben, Jungs Das stimmt überhaupt nicht, dieses Spiel Naja, aber Also, dass du nicht denkst, dass Dallins viel mehr schummeln war, als Leons Ne Ne Also, jetzt Vor allem, weil wir zwei Wörter gemacht haben und er und Diamant Ich hätte es offensichtlich Ich hätte es offensichtlich Es sei denn, es wäre das schwarze Wort gewesen Ich hätte es offensichtlich auch bei Rot oder so Dingsbeige auch schon gemacht Zu 100% Weiß ich nicht Wenn es Rot gewesen wäre, dann hättest du es nicht gemacht, weil du dann Angst hättest Aber so hast du ja keine Angst gehabt Ne, bei Schwarz hätt ich Angst gehabt Rot oder Dings ist mir doch egal Ich wollte es neutral halten, aber Egal Das ist ja auch sehr gut, Alter Ja Ey, ich habe mich ja nur verteilt, weil er meinte Amazonas Dass du es gesagt hast, wie ne? Ey, ich hab das gesagt, Digga So free Ja Ja Unbekümmer dich Ja, okay Mach jetzt einfach die nächsten fünf auf einmal aus denen Er gibt dir ein und du machst einfach die fünf voll Na ja, hat er meinen angenommen oder nicht? Hat er weg gemacht? Oh ja Du musst reconnecten Du musst reconnecten Alles rein, danke Ja, komm schon wieder drin Ja, aber am ersten Mal kam ich nicht rein Deswegen Nein, nochmal anfangen Ja, natürlich Naja Glaub ich nicht Ich versuch mich neutral zu halten Genauso wie wenn ich mit Tana gespielt habe Ähm Was hättest du denn genommen? Digga Äh Ich? Ne Ne Steuer, aber Äh Ja, okay Loco Boah, Digga, ich könnte Ich könnte so ausholen, Digga Digga, aber Tana, wir müssen das machen, okay? Ich hole jetzt behindert aus Und äh, du erregst jetzt einfach alle, okay? Oder fünfte? Äh, ne Fünf nicht Drei sind Und Kann man das irgendwo anders noch finden? Der und Ben Heißt mich nicht, Digga Bombe Die Bombe Könnte geschoss sein Bombe Ich hab meine Fresse nicht verziehen, ne Ja, wieder Bombe Ja, okay, Dynamit Auf jeden Fall Ich hab einen Call, Digga Ich glaub, Tana wird es nicht hören Sag halt, ne Guck mal, Steuer Könnte Streubombe sein, weißt du? Ne, das ist so ein Kack-Call, Digga Wie komm ich mit ihm, wenn ich es bald? Ich versteh das gar nicht Er redet, also er guckt sich das Wort an, vergisst das Wort wieder und redet irgendwas, Digga Das ist so schwierig, Digga Genau so ist das Bundesverfassung, ja dann muss es Bude sein, also das muss Bude sein Weil Bundes, ne, oder du musst einen weg Bude 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 Ja, also fehlt nur ein N Bude Bude Bin weg von der Bombe Und man wurt von der Luft die Bombe an Karte kann es nicht sein, Pumpenkarte, Karte, ich glaube es ist Orgel, Orgel auf jeden Fall nicht, Mikroskop auf jeden Fall auch nicht, am hellten Tag, macht auch keinen Sinn irgendwie, eine Säge, eine Säge, Assistent, in der Presse könnte man davon berichten, Steuer nicht, Arm auch nicht, Luft, ja man braucht Sauerstoff für eine Explosion, aber weiß ich nicht, Also ich hätte auf jeden Fall als nächstes einen Schalter gesagt, Mann ja, was habe ich, Dynamit und Geschoss, Teleskop, das ist natürlich auch gut, aber Teleskop überhaupt nicht, man muss halt weit weg sein von einer Bombe, Schalter, Schalter, ich hätte es auch genommen, aber wenn du gesagt hast, Was du hättest genommen, würde ich es jetzt nicht nehmen, Digga, ja, dann nimm ein Schnabeltier, okay, weil der Schnabeltier läuft mit der Bombe rum und Presse, in der Presse berichtet man davon, Bomben, 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 Bombensäge, Bomben, Assistent, Bomben, Flugbombe, aus der Luft, wirft man Bomben, Digga, ich glaube ich weiß es nicht, Warte, geh nochmal alles durch, mach den Side-Eye, ich hätte es auch genommen, aber wenn du gesagt hast, du hättest genommen, würde ich es jetzt nicht nehmen, nä Du hast gesagt, du nimmst den Schalter nicht, Dammit, aber was wäre es gewesen? Arm, Digga, nein, der dritte, wäre ja Arm, Digga, ne Bombe geben, aber das ist halt weit ausgeholt, ne ja okay und welche bombe hatten schalter die meisten dynamit okay aber die meisten explodieren halt beim aufprall die haben nicht kein schalter gar nichts eine bombe also ich habe nicht mal in der möglichkeit gesehen mit gedanken gedacht und einfach nur dieses bahn ja da wie an schalter tatsächlich wollte ich schatz nehmen und diamant ja hätte auch gesagt sonne dick auf einmal stimmt das aber sonne ist das ding ist hättest du arm genommen dann hätte ich auf jeden fall als letztes hingeschrieben hilfsmittel bei flug und assistent bei mir wüsste ich gar nicht mehr also mikroskop karte schnabelt hier was soll der blödsinn was soll ich da machen das ist ja ich finde jetzt am verb hingeschrieben hier perry hingeschrieben wäre doch schneller gewesen aber das aber da ist das mikroskop und die karte nicht drin du hättest organismen nehmen können ja noch wechseln noch ja was wechseln also erst mal nur position wechseln ja also arm fand ich auf jeden fall weiter hergeholt als dings ich weiß noch nicht warum also er hat es mir geschrieben und ich habe das auch schon vorher gedacht also ich habe weiß ich auch gesehen logischerweise aber ich habe irgendwie weiß ich auch nicht bomben war irgendwas anderes für mich als eine bombe geben mit einem arm oder du hast halt einen bomben arm oder so ja okay aber das ding ist ich habe schalter überhaupt nicht also für mich war das überhaupt nicht in diesem spektrum drin dass das überhaupt mit bombe assoziiert werden kann ich habe flisgo wenig osten futter vatikan ballett fieber pyramiden strom kegel indien flipp von landregen viel alpha kabel watt elfenbein frankfurt glocke rupe pudel flech speicher seite irgendeine frage irgendjemand was nicht verstanden vatikan ist eine stadt oder vatikanstaat das ist der kleinste stadt der welt der kleinste seite ist der kleinste ein clip da wo man das geld reinpackt oder halt ein clip wo hast du ein geld weiß ja auch nicht also haa clip digga don't know digga vielleicht twitch clip wäre das einzige für mich clip video ja das hätte ich auch gedacht aber das steht auch hier nicht so nicht hätte ich auch auf jeden fall gedacht vor allem stil stil ist ja auch im klamotten stil stil steht stil stil wäre ohne e stil wäre ohne e aha so stil ok und mit y oder nicht nee style wäre y alpha also stehen elfenbein elfenbeinküste ja und elfenbein ist auch von den elefanten ich hab von mammut von den elefanten die zähne diese stoffe zähne ja aber nicht ich glaube nicht nur von elefanten es geht auch für andere auch nas formen etc alles was so aus dem körper raus wächst bei denen ja ok zählt als elfenbein gleich speicherseite ja der rest ist glaube ich kiel oh es geht direkt los vergangenheit oh baby trunepo ballett fieber pyramide pyramide ist auf jeden fall vergangenheit wahrscheinlich ja 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 es entdeckt bestimmt so das ist das ding so strom kegel strom wurde auch irgendwann mal entdeckt klip wahrscheinlich auch weil du klipst was was passiert ist holland regens stil stil alpha kabel watt elfenbein frankfurt glocke glocke wegen schulglocke von früher maybe keine ahnung alfa weil er mal alfa war ah ja aber es ist ja immer noch alfa das kann ich nicht anklicken nee nee hat er an nagelgang ist so ok dann klicke ich es an hupe pudel blech vergangenheit crazy call vergangenheit ballett weil ich als jetzt den bei mir dings war hat er ballett mit musik gedings aha das ist aber das ist warum sollte er dir warum sollte er mir das geben denn das ist ja weil du so crazy verrückt dumm und schief denkst digga du du holst da sachen aus sachen raus digga wo niemand dran denkt digga kann man auch mal denken dass wenn er vergangenheit schreibt und ich schon ballett mit ihm hatte ja aber woher soll ich das wissen ich bin der dem er hins gibt ich weiß es doch nicht ja aber du warst doch mit bei der runde nee ja doch ja nee so also für mich sind das vergangenheit 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 digga also pyramide muss sein so komm abfahrt das ist schon mal das schon mal safe call gewesen für mich fieber 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 weil ich krank war meinst du ja lol hab ich auch schon gewöhnt bönig ah ok auf diese dinge auf diese tour den nehm ich sogar mit das war ein guter call ähm speicher speicher ne das seh ich nicht glocke oder clip oh mein gott digga und gleich wird eins davon das schwarze wort sein ne ich guck hier so extra nicht rüber weil ich weiß das Ding kann sein Gesicht immer nicht so Dingsen aber kann auch Regen sein Sturm, Regen, Stirl, Holland, Clip, Kabel oder Indien meinst du so Indianermäßig dass er das meint mhm kann ich mir vorstellen ne ja ich bin so gut aber den Core ja musste ich nehmen weil ich war mir immer meins viel zu unsicher viel zu unsicher Einheiten äh auf jeden Fall die Speichereinheiten Jo das ist ein guter Call äh was ist mit den Pugel Einheiten boah Watt Einheiten Stromeinheiten ne ne Watt auf jeden Fall Watt muss sein das hat er bestimmt zuerst gesehen Vatikan Ballett Einheiten ich würde speichern Hegeleinheiten Stromeinheiten macht nicht so viel Sinn auf jeden Fall ich würde Speichereinheiten macht keinen Sinn Alpha Einheiten macht keinen Sinn Stieleinheiten macht keinen Sinn Ring Einheiten macht keinen Sinn Holland Einheiten macht keinen Sinn Clip Einheiten macht keinen Sinn Kabeleinheiten gibt macht eigentlich auch keinen Sinn also speichern muss auch ich habe dir gerade gesagt nimm nicht Speicher er meint safe Strom wegen Volt Digger Digger Strom und Watt Digger Digger ja ok Digger aber tu mal so als wenn äh Speichereinheiten ein dummer Call gewesen wäre Speichereinheiten ja halt Gigabyte Terabyte Zwei Terabyte äh das sind Einheiten Digger das würde doch Gigabyte Digger Watt Hätte ich auf jeden Fall auch Dings Digger aber Strom waren wir so ja Strom Einheiten Digger das ist viel zu schnell ich wollte dich noch auffallen ich hab gesagt Digger 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 das wäre einfach Opa hin wenn es das letzte Wort ist ähh 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 ich verstehe also ok ich check ja ne in der Kapelle sind quasi die Leute die Musik machen ja das sind die Leute die laufen dann mit aha ja ok das wäre auch nicht scheiße gewesen also ich sag ehrlich Leon ich glaube ich würde Gesicht am wenigsten davon nehmen Digger Gesicht ne das Ding ist weißt du was ich grad so im Kopf hab mhm so die Engländer werden immer dafür geflascht ja das sind gelbe Zähne hab ich auch gedacht im Film wird Gift immer in nem Zahn versteckt Digger und dann bringen die sich selbst um damit Maul hat Zähne mein Gott Digger ja jetzt gehts los das hab ich nur uns gesehen jetzt ist alles gef***t Digger Digger also Mund safe gut so jetzt die Frage denkt er sich Mund und Maul hat der Maul gar nicht gesehen und Lippe das Ding ist Lippe macht keinen Sinn mit Zähne ja aber warum warum machst du Mund und Maul und dann nimmst du Zähne so weißt du also mir fällt jetzt spontan noch kein Lippe und Mund passt halt zusammen ja würde ich genauso sehen aber keine Ahnung die reden ja die ganze Zeit davon Ene Mene Misse es rabbelt in der Kisse Ene Mene Mur und raus bist du da jobless Digger 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 angespannt Digger wisst ihr das Dilemma Digger wisst ihr das Dilemma jetzt ich hab's mir schon vorgestellt aber es hätte auch Maul sein können halt ne also maybe ist es das ja noch wissen wir nicht ja wer weiß Digger vielleicht ist es aber auch mein Maul vielleicht war es das ja auch gar nicht was ich wollte einfach nochmal Zähne und dann ist es England und Maul Digger clever clever 10 ist 5 Gifte, Film, England Insekt ja Vögel essen Insekten ist erstmal so Orange, Spiegel, Maul Marine, Luther, Film, Bühne, Schrank Kapelle, Fingerhut Gift Lokal Messe machen Fliege ist auf jeden Fall Insekten das hoffentlich hast du genommen Insekten haben auch Gift ja ne Digger jetzt ist es soweit also ok Fliege muss es sein wenn Fliege nicht ist dann ist Ripp ok danke wie Blut wegen einer Mücke vielleicht ok kann auch sein kann auch sein die könnt ihr auch die könnt ihr auch in der Gesicht ne so aber das lassen wir weg so dann hab ich gedacht bei der verfolgen Orange können Insekten kommen so mäßig aber vielleicht meinst den jetzt Maul ja aber ich weiß nicht warum er Insekten geschrieben hat aber einen auf den Tier halt Maul, Insekten, Maul hä was sag das nochmal Leon der hat gesagt es kann auch Maul sein ich weiß zwar nicht warum er Insekten hingeschrieben hat aber vielleicht denkt er ja Tier Insekten Maul weil Menschen haben kein Maul Bro so ok sondern Tiere haben Maul Hühn Insekt, Schrank Insekt Schrank Insekt ok Kabel der Fingerhut Insekt Gift Insekt Karmes Marionette England Mark Fahne Gesicht Oberwolke Oh Mann du fängst mich doch Digga bitte Stehen Vögel essen Insekten das ist für mich so mit Würmern und so das ist für mich einer der ersten Gäste Blut ok wegen Mücken maybe keine Ahnung Insekten haben auch Gift ja meinetwegen auch Gift ja keine Ahnung ein verschimmelter Orange wie gesagt aber das ist so weit her geholt ich sehe hier einfach kein kein direktes Dickens Digga soll ich dir ganz ehrlich sein ja es ist Mark es ist niemals Mark es ist niemals Mark es ist niemals Mark warum steht da überhaupt Mark einfach Digga was heißt das Digga ist das ein Name einfach oder ja einfach ein Name einfach Mark ja oder vor Euro war die Mark ja ok Digga es ist einfach Mark Digga es war nicht der Vogel aber es war auch weder das dein Wort noch das schwarze ist ganz gut nimm mal hin 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 ich kann auf jeden Fall sagen dass ich auch nicht gewusst hätte irgendwie war das dir wenigstens geschrieben dass du es dann wusstest er hat es mir geschrieben aber ich check es trotzdem nicht na gut perfekt Insekten fliegen bestimmt irgendwie sowas so Dokumentation ja einfach fliegen fliegen das wohl der nervigste Insekt unseres Planeten Horror Horror Orange also dein Gesicht ist Horror oder gar nicht Spaß also Blut auf jeden Fall muss sein und Messer ja könnte sein könnte sein also Blut auf jeden Fall ok 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 was mit Horrorfilm Bro Horrorfilm 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 Digga Horrorfilm stimmt ist crazy das Ding ist Horror kann auch so viel sein in Horrorfilm verstecken die sich immer in Schränken in Horrorfilm gibt es vielleicht Gift in Horrorfilm ist Mark in Main der Mark der Mark der Mark in Horrorfilm mit Mario und Netten Digga Horrorfilm wo es Opfer gibt aber Leon ich sag die Safecore wenn er das Worre nimmt es muss Film sein es muss Film sein das muss Film sein wenn Film das schwarze Worte ist dann dann f*** ich dich ja besser so aber du sagst aber du sagst in Horrorfilmen in Horrorfilmen gibt es Gift gibt es das 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 wir haben wir gerade alles wohl für hin Digga aber Messer Messer wäre auch auf jeden Fall drin gewesen Digga also hätte ich Film ja Digga was ich hab das jetzt beendet auch so ja ja auch so aber Leon ich sag dir wenn er das Wort Film da liest dann wird er nicht Horror nehmen wenn er weiß okay das ist schwarz oder blau ich hab Film gar nicht gelesen Digga ich sag dir ehrlich ja ich hab's ja gesagt und er wird's hoffentlich nicht übersehen haben also nein Anna frag mich jetzt bitte gleich nicht Verrotten ach man ach man wer verrottet denn Orange kann verrotten hoffentlich Spiegel nicht Maul nicht Marina nicht Luther hoffentlich auch nicht die Bühne nicht der Schreit nicht die Kappel nicht Fingerhut nicht Gift man verrottet durchs Gift ja maybe Mokal Marionette ja Marine und Orange ne Marine ja wie kommst du auf Marine ach ne das heißt ja Mandarine ne ja also wenn ok 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 war auch für mich das einzig logische hier in diesem Konstrukt ich hoffe du sagst crazy war jetzt richtig das war auch nicht crazy weil ich einfach per Zufall irgendwas gehintet hab Digga mein Mokal zweitens zweitens amerika amerika ich dachte grad wir sind in der Runde wo amerikaner da ganz schnell die so wow 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 wait a moment wait a moment ok ok also das ist nicht Martin Luther King ne ja doch ist das noch von Mark in der Welt ist das Mark Digga ist stark ich sag ehrlich äh ne also er meint ich glaub er meinte es wäre crazy wenn er Martin Luther King meinte meinte er meinte auf jeden Fall die Marine ja Marine safe und er meint ja ich sag nix ne ich will dich nicht um Dingsen ich sag gar nichts aber ich glaube es ist England also Fahne Fahne oh England aber es ist Englisch und nicht England und er schreibt Amerika das das Ding ist für mich wäre es halt crazy wenn er wenn er wirklich bei äh also bei es heißt ja auch nicht Luther weil Luther würde mit Doppel T geschrieben oder nicht ja im Deutschen sagen würde trotzdem so ne also Martin Luther King Martin also Martin Luther King auf jeden Fall heftig nein Luther der Name wird auf jeden Fall auch geschrieben also Luther das zweite der Typ der die Dinger an die äh Kirche gehungert der Ding der Typ der die Kirche gespalten hat das ist Martin Luther nicht Martin Luther ja Martin Luther King ist auch jemand der anlöst ja warte mal bin ich grad dumm wer ist warte mal Martin Luther King ist das ist doch der ist ein schwarzer ah ja der äh hier ah Martin Luther ist der mit den Thesen an der Kirche ja genau der der die Kirche gespalten hat ja genau also ja Digger jetzt hast du mich gef***t Digger Amerika ja also ich würde Marina als erstes nehmen das äh also Marine macht für mich auch Sinn aber aber warum macht das Sinn weil du esst ja du esst Marine warum ist Marine Amerika ist so weil das Kriegsland ist äh würde ich jetzt einfach mal so rum hinwerfen was haben wir denn noch für andere Worte also Wolke macht nicht so viel Sinn mit Amerika ne Opa ja also ich kann nicht jetzt nur mal würde ich mit Italien verbinden wenn ich ehrlich soll ich dich jetzt nochmal komplett hops nehmen Gesicht kann es auch sein wegen dem Mount Rushmore ne ja ne glaub ich nicht äh Fahne bin ich mir eigentlich sicher hä 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 was hat das ein bisschen ergeben gerade Mount Rushmore und die Gesichter von den Präsidenten drinnen ne achso 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 ach das ist wohl leider nicht gesicht schade aber ich hab nicht gespoilert hä 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 ich dachte das ist irgendein Berg Digger musst du gerade sagen ja ist es auch aber da sind die Gesichter drinnen Gesicht die Zugspitze ja es ist ja auch ein Berg aber da sind die Gesichter drinnen also Fahne macht Sinn für mich nimm Gesicht jetzt nimm Gesicht ich schick dein Gesicht äh also Fahne macht auf jeden Fall Sinn für mich einfach wegen dem Land und die haben eine Fahne. Ja, Marc, Digga. Nein. Nicht mal. England mit dem Englisch. Ist okay, verstehe ich auch. Nimm doch erstmal die Marine, Bro. Digga, es wird falsch sein, du sagst. Die Marine wird's cool. Warum lasse ich mich von dir ansprechen? Ich lasse gar nichts, du. Gar nichts mache ich. Also ein Schrank macht keinen Sinn. Kapelle gibt's auch in Deutschland. Obwohl, das ist auch Kapelle ist auch eher sowas, was in Amerika ist. In Deutschland gibt's das nicht wirklich. Ich glaube nicht, dass Tarnisch... Digga, ich hab so Angst, was Falsches zu drücken. Tuck, tuck. Tuck, 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 tuck. Naja, Marine ist richtig. Oh, warte, warte. Letztes ist aber... Du hast... Es wird nur drei, okay, gehen wir weiter. Du musst drei machen, Sten, also... Lass mich bitte nicht hängen und... Eigentlich muss er fünf machen. Musik, ey. Du hast vier gemacht. Ich werde dir fünften so raten, wenn ich's schaffe, ne? Ist mir so egal. Okay, Wolken 10. Komm, bitte lass es das gewesen sein. Der Opa... Also... Pssst. Pssst. Ah, okay. Mark Foster. Mark Foster. Okay, du hast vielleicht recht. Nein, ich nehme ihn raus. So, Lokal, Bühne. Bühne, ja. Nein, ich nehme ihn raus. Kapelle. Eins, zwei, drei, vier. Da haben wir sie. Nicht! Nicht bestanden! Schreibt was anderes hin. Ich weiß die anderen... Sten schreibt was anderes hin. Ich weiß die anderen richtig. Ich sag dir ehrlich, Sten hat gedacht an Opa, Mark Foster, zu 100%, Kapelle und... Also, wenn der wirklich an Mark Foster gedacht hat, Digga, dann echt, gib ich mir die Kugel. Das war... Und Bühne vielleicht, aber das glaube ich auch nicht, Digga. Wir haben eben noch über Wolken 10 geredet, wir haben's gesungen. Und vorhin hat er genau den gleichen Move gemacht und hat gesagt, ja, weil wir eben noch über Mammut geredet haben. Vergangenheit. Ja, okay, aber ich meine, wie würdest du denn sonst Opa, Kapelle, Bühne und Mark verbinden? Ja, egal. GG auf jeden Fall. Also, ich meine, das verbindest du ja auch. Eigentlich haben wir ja gewonnen, weil du hast eben Black Word getroffen, aber alles gut, Digga. Warum sagst du GG, Digga? Es ist doch noch gar nicht GG. Ich kann doch immer noch das schwarze Wort treffen. Digga, ich muss 5 treffen. Ja, aber 4 weißt du ja schon. Ja, hoffentlich. Gleich finde ich Opa an, ist Opa auch falsch. Ja, und dann steh ich da. Was er mit Musik meint. Er meint ja, keine Ahnung, das denkt ja an den Musiker Martin Luther King Jr. III., der mal irgendwie Pianist war. Ich bin so ein schlechter Verlierer, ne. Das kann ich, Digga. Ich kann das gar nicht. Ich weiß auch nicht, warum ich Wolke zuerst angeklickt habe. Das war der dümmste Fehler von allen. Hätte ich jetzt letztes Mal mal sagen. Dann hätte ich die anderen schon mal abgegrast. Das war jetzt ja spannend machen, ne. Klar. Klar, Martin. Oh. Pst. Da gibt es nur zwei Möglichkeiten. Fingerhut. Den hat Tana wohl übersehen, den Fingerhut, wa? Also, Marke. Alter. Also, Marke. Also, es ist der Schrank. Und wenn es das nicht ist, Digga, dann hasse ich dich, Tana, und ich f*** dich. Ey, ich schaffe doch mal. Digga, was für ein Fingerhut, da gibt es ein Bild. Du hast eine krasse Klamotte, Digga. Ist doch Kleidungsstück. Ja, habe ich das geschrieben? Du hast Klamotte geschrieben. Was ist Klamotten und Kleidungsstück für ein Unterschied? Singen 3. No, God! No, God, please, no! No! Bruder, aber bei Singen, aber bei Singen fang doch an mit Opa oder Marc, Bruder. Er fängt an mit... Ändel? Er macht den Sten ein, weil er klingt einfach irgendwas an. Nein, Sten, du machst den Sten, weil wir haben eben gerade auf jeden Fall 20 Mal gesagt, dass Musik und Singen Kapelle ist, weil Kapelle auf jeden Fall was mit Musik zu tun hat. Ja, aber guck mal, wenn du es vielleicht kapierst, dann weißt du, das kannst du... Aber du musst ja auch zuhören, Digga, die haben drei Wörter gesagt, die nicht deine Wörter sind, die aber zu Musik passen. Und dann nimmst du doch mal Singen. Sag mal ehrlich, was soll ich sonst verbinden? Anstatt dass du es die anderen macht, die offensichtlicher rennt. Wie Bühne oder so. Ich find Kapelle... Digga, Kapelle ist wie so ein Wolf-Dingsbums. Nee, Kapelle ist doch... Warte, warte, warte. Wie die mit Trompeten rumgehen und so in der Stadt. Also ich muss den ein bisschen verteidigen, weil Kapelle hat echt nix mit Singen zu tun. Weil in der Kapelle singt niemand. Da spielen die alle nur Instrumente. Ja, und was hättest du genommen? Ich? Ja, was hättest du genommen? Auf jeden Fall Marc, Digga. Ja. Auf jeden Fall Marc, Opa, Digga, da singt man auch. Und das Ding ist, okay, es ist Bühne, aber weil auch einfach nix anderes wirklich mehr Sinn ergibt, aber Bühne hätte ich wahrscheinlich nicht mal geraten. Ja, so ist auf jeden Fall falsch. Aber wieso nicht mal bei Musik, da nimmt man noch ne Bühne. Also Opa ist auf jeden Fall falsch, ne? Ja, Opa, aber das muss ich, weil das ist eh grau, scheißegal. Aber Bühne auf jeden Fall, Maul könnte man, weil man da auch singt. Und eigentlich wollte ich, wollen wir das jetzt auflösen, oder? Nee, nee, ich weiß immer noch kein Wort, Digga. Okay, bis es am Video kommt hoffentlich. Der ist gebrochen, ist er, Digga. Heimisch? Ja, lokal, ne? Marc. Marc. Beagle, Maul, Bühne. Guck mal, ich hätte... Fingerhut und Marc. Wir machen uns die ganze Runde über Fingerhut und Marc. Digga, guck mal, ich hätte irgendwie Theater genommen, dann kommt da aber Marionette. Jedes Mal ist immer diese Marionette und Bühne. Oder ist der Fingerhut. Digga, aber du nimmst Musik hier. Ja, er sagt drei falsche und dann machst du nochmal singen. Ja, dann bleiben ja nicht mehr viele. Ja, aber... Du hättest Musik vier machen können und als nächstes Auftritt. Hab so schnell meine Pause gemacht. Ja, der könnte wieder Marionette sein. Warum, beim Auftritt? Was hat eine Marionette mit einem Auftritt zu tun? Ja, die Marionette hat das mit einem Puppenspieler, Digga. Ja, richtig, was hat das mit einem Auftritt zu tun? Es ist auch eine kleine Bühne beim Marionettenspiel. Ja, dass man es mit Bühne verbinden kann. Okay, aber was hat ein Marionettenspiel mit einem Auftritt? Warte mal, warte mal, was habe ich denn? Das ist doch ein Auftritt. Spiegel? Nee, eine Marionette ist kein Auftritt. Eine Marionette ist das, was du mit diesen scheiß Fäden bewegst. Das ist eine Marionette. Aber das ist doch, wenn du es machst, ist es ein Auftritt. Ja, wenn du es machst. Aber da steht doch nicht Marionettenspiel, oder? Da steht Marionette. Okay, also wir haben Spiegel. Geh mal die Dings durch, Digga. Digga, ich geh doch aber nicht weiter. In-Sekt-Varotten. Okay, In-Sekt. Warte mal, warte mal. Was wolltest du bei In-Sekt noch mitnehmen? Ja, ja. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020